es ist kalt es ist kalt nein ich will rein so auf ein neues hallo wieder zu der world ice bucket world ja hier dann machen wir das hier eine leiter haben wir schon im inventar ich bin einfach zu behindert um ein ding zu sagen auf jeden fall hier das ist die challenge weil man nicht raus kann das wasser zu holen muss man das eis kaputt machen wow das ist Schwierigkeit dann kann man hier reingehen und sagen oh eine leiter ich bin so behindert wie oft kann ich sagen da ist eine leiter und hoch gehen und hier das noch einmal so dann lehnen wir uns zurück ich habe mir ein eis bucket über den kopf geschüttet das ist auch eiskaltes wasser weil es aus dem eissee gemacht hat nein ich werde ich bin nicht drin und sie nur so aus genau das ist meine welt und die ist jetzt nicht so die krasse würdige wenn man da unten ist kommt noch wieder hoch ich leite an der wand platziert und ja hier könnte das was wir weg machen es ist nicht so aufwendig gemacht ja das ist meine kleine welt habe ich als download freigeschalten wenn ihr bock habt könnt ihr in eurer welt übernehmen aber der eissee ist schon wichtig genau dann soll ich das anschauen link in der beschreibung und ciao heute ein video und hier sieht jetzt ice bucket es gibt dir die ice bucket mod und standen drin bis so ein wenig vorbei ist ähm ja habe ich hier so eine kleine welt entworfen die ihr euch runterladen könnt hier ist euch das lustige konnte ich rüber und es gibt böse monster die will ich eigentlich nicht so wir gehen jetzt hier rein und tut es der ice bucket holen oh wir haben noch eine leite was machen wir mit der leite äh mit der treffensstufe klappen so nun haben wir hier machen wir so dann sehen wir was hier ich zeige es euch am besten im game mode oder wartet kurz ich mache noch kurz die vorbereitung hat sie erst gleich wieder die vorbereitung hat sie erst gleich wieder die